hallo und herzlich willkommen zum aktienrounder heute ungewohnt mit mir allein oder was heißt ungewohnt letzte woche der das denn auch schon alleine gesehen oder vorletzte woche war das glaube ich genau wir heute alleine im aktienrounder mit mir tom hallo herzlich willkommen ja wir haben den siebten elften und es war eine wirklich sehr sehr spannende woche werden jetzt gestern die us-wahl oder die auslesung der ergebnisse der us-wahl die märkte haben reagiert wir haben es gesehen besonders in deutschland und den usa usa sehr positiv reagiert in deutschland sehr negativ wir haben da natürlich am ende auch noch den bruch der ampel koalition gesehen die das ganze noch ein bisschen nach in die tiefe gedrückt hat ganz natürlich auch wieder dabei die deutschen autobauer die natürlich den dax auch wieder in den keller gezogen haben und da sind wir beim heutigen thema angekommen wir schauen uns heute die automobilbranche an besser gesagt die elektroautomobilbranche die wie wir wissen in deutschland ja lange zeit vernachlässigt wurde wir sehen hier auch die kurs performance der deutschen automobilhersteller mercedes und vw die doch tatsächlich jetzt zuletzt doch wieder sehr negativ war wir sehen hier den chart aus 2020 bis jetzt wir haben hier eine performance ja tatsächlich um den nullpunkt mercedes dann doch noch relativ positiv dabei und das was wir uns natürlich alle fragen was ist los mit tesla was ist los mit tesla gewesen wie kommt diese kurs performance zustande aber wir wollen heute gar nicht mehr so genau auf tesla schauen sondern wir wollen uns eher so ein bisschen fragen was könnte das nächste tesla sein wer könnte der nächste high flyer im elektroautomobilmarkt oder in der generellen transportbranche sein und da haben wir mal den chinesischen hersteller build your dreams kurz abgekürzt byd mitgebracht wir sehen hier die kurs performance von byd mal im vergleich zu tesla und vergleich zu den europäischen oder deutschen autoherstellern da sehen wir natürlich byd hat doch auch im vergleich zu den europäischen relativ gute kurs performance jetzt zuletzt hingelegt besonders seit 2020 die umsätze sind stark gestiegen an der börse wurde das tatsächlich aber noch nicht in dem maße gefeiert wie es tatsächlich bei tesla war da haben wir auch zuletzt wieder eine sehr starke volatilität gesehen die ja tatsächlich am ende dann auch in die politik sehr tief eingegangen ist aber unser thema heute byd der chinesische automobilhersteller schauen wir mal kurz auf den chart und wir sehen ja seit 2020 in das und als das unternehmen ja mit der internationalen expansion oder auch mit der expansion der produktionsstandort standorte auf dem chinesischen markt angefangen hat sehen wir tatsächlich eine phänomenale kurs performance wir haben hier einen rapiden anstieg gesehen in 2020 auch durch die corona pandemie hindurch sind dann hier auf hohem niveau verblieben haben hier eine lange seitwärtsbewegung zuletzt dann gab es zuletzt hier den einbruch wir sehen hier tatsächlich aber auch dass es zuletzt doch wieder eine starke performance gab und zuletzt hier besonders die letzte kerze sehr interessant keine oder moderate auswirkung aus der us-wahl das haben wir tatsächlich gestern bei den deutschen autobauern oder generell bei den europäischen autobauern ein bisschen anders erlebt ich erinnere mich da an rücksetzer von fünf bis zehn prozent besonders bei den deutschen autoherstellern die ja sowieso moment ein bisschen sehr stark abgeschlagen sind man hat dann natürlich sehr viel angst vor den tarifen vor den tariffs die trump doch erheben möchte gegen ausländische autohersteller besonders auch gegen chinesische byd hat sich da jetzt aber zuletzt tatsächlich stark resistent gezeigt die aktie auf jeden fall und dann wollen wir reingehen ins thema ja das thema was uns heute beschäftigt ist dass das ende der europäischen dominanz auf dem automobilsektor wenn wir die letzten jahrzehnte fast sogar jahrhunderte zurückgehen oder jahrhunderte nicht ganz aber letzten jahrzehnte zurückgehen hat der deutsche automobilmarkt doch eine sehr dominante stellung gehabt die deutschen automobilhersteller besonders die großen vw mercedes und auch bmw sind etablierte marken gewesen oder sind immer noch etablierte marken haben sich sehr stark auch international expandieren können und jetzt haben wir zuletzt doch gesehen dass ja in den letzten jahren besonders in den letzten quartalen besonders die europäischen autohersteller aber auch die amerikanischen doch unter druck waren und ein trend oder ein eine eine region die diesen trend so ein bisschen ja vorweggelaufen ist diesen diesen trend der diesen trend entgegengelaufen sind sind tatsächlich die chinesischen automobilhersteller ich habe mir hier eine grafik mitgebracht der marktanteile der chinesischen autohersteller hier unten in dem kleinen bereich auf dem europäischen markt wir sehen hier einen anstieg von 2 prozent hoch auf fast acht prozent marktanteilen im europäischen markt muss man natürlich jetzt im kopf überlegen europa als das ja in anführungszeichen mecker der automobilindustrie ja und auf der anderen seite auch ganz interessant soll aber hier tatsächlich heute nicht näher wollen wir heute nicht näher darauf angehen dieser anteil die 21 prozent hier zusammen mit den knapp acht prozent kommen wir fast auf 30 prozent der chinesischen auto der chinesisch produzierten autos das heißt wenn das in den letzten jahren jahrzehnten gesehen wir haben eine große internationalisierungsstrategie der europäischen und auch deutschen automobilkonzerne gesehen das heißt produktionsstätten wurden tatsächlich nach asien und nach china verschifft verfracht so dass wir heute auf einen anteil von fast 30 prozent der ja chinesisch produzierten anteile kommt heute soll es aber tatsächlich um diesen anteil hier gehen und wir gehen noch mal einen schritt zurück und schauen uns auf die aktuelle lage die wirklich brandaktuelle lage der autobranche und jetzt haben wir hier noch mal so ein bisschen zusammengefasst was ich jetzt gerade eben schon so ein bisschen erwähnt hatte wir haben zuletzt auf der einen seite haben wir wirklich schwache schwache zahlen und schwachen ausblick aus europa und den usa bekommen ich habe hier mal symbolisch drei überschriften aus ja von heute morgen und gestern tatsächlich mitgebracht das erste vw werk soll geschlossen werden sehen wir hier vw der deutsche autohersteller mercedes benz auch zuletzt unter druck gewesen die gewinne sind dort stark eingebrochen bmw auch da haben wir stellantis aus dem us amerikanischen markt mit den marken unter anderem jeep die tatsächlich jetzt zuletzt auch unter druck sind msn spricht hier von einem bärenmarkt in dem sich die als der landes aktie befindet und nach den letzten zahlen gab es daher tatsächlich auch einen sehr starken einbruch auf der anderen seite sehen wir die chinesischen autohersteller die tatsächlich ja im moment hoch fliegen und keinen boden mehr sehen byd tatsächlich zuletzt größer als tesla hier wird natürlich von der von der produktionsmenge der autos gesprochen chinesische hersteller immer stärker so leiden toyota und bmw unter der neuen konkurrenz wir sehen also besonders im asiatischen markt hier mit toyota auch sind die chinesischen hersteller wirklich sehr stark aktiv und hier unten noch einmal byd auch eine brandaktuelle meldung von gestern ja das unternehmen scheint es im moment sehr gut zu gehen und dann lasst uns direkt reingehen in tatsächlich den aktien round up und wir haben uns ein bisschen überlegt okay wie können wir das ganze aufmachen und die idee ist so ein bisschen byd als das 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 unternehmen zwischen den beiden extremen wir haben das gerade gesehen wir hatten tesla mit einer phänomenalen kurs performance auf der anderen seite tatsächlich dann aber auch eine phänomenale bewertung wir haben es jetzt zuletzt gesehen wie der anstieg um 20 prozent an wenigen tagen nach den zahlen die kursumsatzverhältnisse sind dort im zweistelligen bereich kursgewinn verhältnisse brauchen wir tatsächlich gar nicht mehr darüber reden weit über die 100 weg und auf der anderen seite haben wir die europäischen oder ich will gar nicht europäischen sagen die traditionelleren autobauer wie beispielsweise port volkswagen oder auch bmw die jahrzehnte an erfahrung haben und jahrzehnte an etablierten markenbotschaften heraus senden an die welt byd steht so ein bisschen damit dazwischen ist es ein hochtechnologieunternehmen sehr innovativ da sieht man die die synergien oder die gleichheit zu tesla auf der anderen seite haben wir tatsächlich aber auch eine niedrigere bewertung da kommen wir gleich noch mal wieder rein wir schauen zunächst auf das umsatzwachstum der ja der letzten quartale hier mal abgebildet von ja drei oder vier ausgewählten vier nicht drei ausgewählten herstellern automobilherstellern und wir sehen hier besonders umsatztechnisch konnte byd wir haben das auch am chart gesehen die aus soll oder die die skalierung des des der produktion fand ungefähr 2020 statt wir sehen hier entsprechend eine phänomenales umsatzwachstum über die letzten jahre tesla auch hat diese starke expansion etwas früher angefangen dementsprechend ist hier die umsatz das umsatzwachstum doch etwas schwächer wir sehen aber hier tatsächlich in den letzten vier jahren auch 200 prozent die skalierung ist hier natürlich sehr angepasst an die zahlen von byd ganz unten sehen wir ja hier noch mal vw und fort als zwei player aus dem deutschen und dem us amerikanischen markt und die sehen wir hier gehe ich mal ein stückchen zur seite hier sind wir selbst unter den 50 prozent unter den 100 prozent will ich eher sagen des umsatzwachstum in den letzten jahren auch tatsächlich nicht schlecht aber besonders im vergleich wenn man es jetzt vergleicht mit byd sehen wir doch hier wirklich gravierende unterschiede auf der anderen seite das gewinnwachstum ist tatsächlich bei byd auch nicht ausgeblieben es geht nicht nur darum den umsatz zu steigern sondern dem unternehmen ging es tatsächlich von anfang an darum auch sehr profitabel zu sein wir sehen auch hier eine sehr starke hier noch mal mit einer noch höheren skalierung das wachstum der gewinne wir sehen hier wieder byd sehr stark dabei sehr konsistentes gewinnwachstum auf der anderen seite tesla auch mit einem overall also insgesamt sehr starken gewinnwachstum aber doch sehen wir hier tatsächlich eine gewisse volatilität der gewinne über die quartale wir haben das ja gesehen bei den quartalszahlen die wir doch näher uns auch schon mal betrachtet haben hier dass bei tesla doch dann ab und zu wieder überraschung sind von mir eben gerade schon wieder angesprochen die bewertung der unternehmen ja wir haben das ich will gar nicht sagen das problem aber die die situation dass tesla natürlich mit den wachstumsraten ob dann besonders auf dem us amerikanischen markt doch sehr hoch bewertet ist ich habe hier mal das kurzumsatzverhältnis herangezogen das kursgewinnverhältnis macht ja hier wenig sinn dann würde man tatsächlich die anderen unternehmen neben tesla nicht mehr sehen aber die kursumsatzverhältnis ist da doch ein sehr gutes maß wir sehen hier auch eine sehr hohe bewertung von tesla durch die ganze zeit hinweg wir haben hier gewinnanstiege gesehen du hast das kursumsatzverhältnis dann wieder zurückgegangen ist hier haben wir auch kurseinbrüche von tesla gesehen 2022 wenn wir uns ein bisschen zurück erinnern auf der anderen seite haben wir vw und fort wieder ganz unten mit dabei sehr niedrige bewertung einstellige kursumsatzverhältnisse bei vw tatsächlich zuletzt auch kursumsatzverhältnisse unter 1 dazwischen tatsächlich wie jetzt das dritte mal angesprochen fast schon sehen wir byd mit einer ja ich will fast sagen moderaten bewertung natürlich als automobilhersteller mit niedrigen margen muss man sagen kursumsatzverhältnis von 7 8 ist natürlich trotzdem immer noch sehr teuer bewertet wenn man dann aber den vergleich zu tesla zieht dann sieht das dann doch wieder ganz anders aus und ja wie schon von anfang an gesagt ich sehen wir hier byd zwischen den beiden extremen den wirklich niedrig bewerteten europäischen und amerikanischen etablierten hersteller auf der anderen seite die kursrakete tesla und byd so ein bisschen dazwischen aber machen wir erstmal einen schritt zurück wollen wir erstmal lasst uns erstmal auf die ja auf den markt generell schauen in dem ja alle unternehmen doch am ende versuchen fuß zu fassen einige einigen gelingt es dabei besser einigen gelingt es dabei schlechter hier wieder der der hint an die europäischen automobilhersteller wir sehen hier den markt der elektroautomobilbranche das heißt elektrische fahrzeuge dabei geht es nicht nur um automobile sondern auch um ja wir haben es jetzt zuletzt bei tesla auf dem cyber day gesehen auch um busse taxis und alles andere was man als fortbewegungsmittel nutzen kann und auf der straße fahren kann und elektrisch betrieben ist wir sehen ein ja relativ geringen markt mit 815 milliarden us dollar größe gering klingt jetzt natürlich erstmal sehr 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 aussagestark man muss da natürlich bedenken dass der gesamte automobilmarkt doch deutlich deutlich höher ist wir sehen da gleich noch mal anteile wie groß tatsächlich der elektrische antriebsmarkt im gesamtmarkt ist wir sehen aber auf der anderen seite auch und das ist tatsächlich resultiert dann oder daraus resultiert dann natürlich am ende die hohe bewertung der pure play elektrofahrzeuge ein kräger von fast 34 prozent das heißt in den nächsten jahr bis sechs jahren das heißt bis 2030 wird ein wachstum ein jährliches wachstum von knapp 34 prozent erwartet das erklärt dann auf der anderen seite natürlich so ein bisschen die hohe bewertung der wirklich pure play elektro automobilhersteller wie tesla oder byd lassen uns reingehen weiter noch einen schritt tiefer auf die erwartung auf die markterwartung für das geschäftsjahr 24 und wenn wir jetzt gerade noch mal zurückgehen und uns noch mal kurz überlegen wie denn tatsächlich die headlines aussahen oder die nachrichten die tatsächlich zuletzt über die europäischen oder ich will sie mal etablierten hersteller veröffentlicht wurden haben wir da tatsächlich gewinneinbrüche gesehen wachstumsschwierigkeiten wir sehen aber tatsächlich auch dass die elektro automobilbranche und wir werden es gleich im snapshot auf jeden fall noch mal sehen und wir haben es auch in den zahlen von tesla schon gesehen die ist tatsächlich im gegensatz zu den etablierten playern doch noch ein starkes wachstum hier wird ein starkes wachstum erwartet besonders aus dem asiatischen raum besonders hier dann noch mal konkreter auf dem chinesischen raum der hier einen anteil von über 50 prozent annimmt hier in 2023 wird der anteil auf 55 prozent geschätzt auf 52 prozent im 24 hier europa mit einem 22 prozentigen anteil nordamerika 12 prozent und der restliche markt wird auf knapp 13 prozent geschätzt wir sehen das wachstum ist natürlich in den letzten jahren der es wird ja wurde jetzt zuletzt auch viel diskutiert dass der stopp oder das das ist doch wieder zurückgehen sollte mit dem mit den elektrischen fahrzeugen mit der auslieferung und das haben wir tatsächlich auch gesehen wir haben die zahlen aus 21 2021 und 22 gesehen wir sehen hier einen deutlichen rückgang der verdoppelung der units die also der einheiten die verkauft wurden von hier wurden wurden dann noch knapp 60 prozent erzielt 30 und jetzt tendieren wir hier knapp auf den 30 prozent die dieser markt tatsächlich in den letzten zwei jahren gewachsen ist und das wachstum was sich jetzt auch weiter fortspielen wird wir haben viel darüber gesprochen byd tesla lasst uns einmal reinschauen in tatsächlich den markt generell des der automobilität wir haben einen oligopolischen markt das heißt wir haben wenige markt player die diesen markt dominieren wir haben natürlich hier tatsächlich auch die etablierten player dabei wir haben hier volkswagen mit dabei wir haben stellantis wir haben hyundai auch auf dem asiatischen markt sehr stark wir haben aber auch mercedes und bmw dabei sehen aber wirklich an der spitze an der unangefochtenen spitze sehen wir tatsächlich die pure place das heißt die unternehmen diese wirklich nur mit der elektromobilität beschäftigen wir haben hier auf der 1 byd die tatsächlich wir sehen es hier einmal plug-in hybride produzieren und auf der anderen seite rein elektrische fahrzeuge tesla mit dem fokus auf die rein elektrischen fahrzeuge und hier sehen wir tatsächlich byd ja wirklich unangefochtener führer dieses marktes konnte die marktanteile ja wirklich tatsächlich seit der produktionsausweitung anfang der 2020er jahre stark einnehmen konnte marktanteile für sich gewinnen das hatte ich gerade schon zwei drei mal über die produktionsstandorte und den ausbau der produktionsstandorte von 2020 bis jetzt gesprochen hier sehen wir so ein bisschen die aufteilung der etabliertesten player oder der führenden hersteller wir haben einmal tesla und byd und hier sehen wir ganz schön dass tesla tatsächlich erst zunächst den fokus auf den us amerikanischen markt hat dort auch ein sehr starkes standbein hat dort marktführer ist byd verkauft momentan keine fahrzeuge in den usa fokussiert sich tatsächlich zuletzt oder in den vergangenen jahren eher auf den asiatischen markt hier im südasiatischen markt ist das unternehmen mit produktionsstandorten gestartet startet tatsächlich aber auch produktionsstandorte in südamerika und nähert sich der region europa man merkt das ja oder ich persönlich habe es tatsächlich auch gemerkt die byd fahrzeuge werden tatsächlich auch auf deutschen straßen etablierer zumindest hier bei uns in hamburg man sieht tatsächlich dass das unternehmen international ausrollt und nicht nur mit dem fokus auf dem chinesischen markt doch weiter voran schreitet lasst uns weiter schauen die produktionsstandorte oder die produktionsmengen die produktionsmöglichkeiten will ich es tatsächlich erst mal nennen hier sehen wir tatsächlich dass der chinesische markt bei byd wir werden später auch noch mal kurz sehen tatsächlich der hauptmarkt ist wir haben hier 303 millionen fahrzeuge die hier produziert werden jährlich und auch verkauft werden hauptsächlich auf dem chinesischen markt hier haben wir einen umsatzanteil von knapp 80 prozent die oder 75 prozent will ich eher sagen die auf dem chinesischen markt erzielt werden auf der anderen seite tesla tatsächlich mit einer etwas internationalisierteren strategie wir haben den us-amerikanischen markt wir haben tatsächlich auch den deutschen produktionsmarkt und den chinesischen produktionsmarkt bei byd sieht man tatsächlich hier mit thailand indonesien und brasilien produktionsstandorte die in zukunft geplant sind die natürlich dann die internationalisierungsstrategie weiter voran bringen sollen eine strategie die byd oder die die chinesischen autobauer generell stark verfolgen und das was tatsächlich auch viel in der kritik bei den deutschen autoherstellern oder generell den den europäischen oder den amerikanischen automobilherstellern ist ist tatsächlich das pricing das heißt die die preisgestaltung der fahrzeuge und wir sehen hier auf der linken seite einmal die byd top modelle die top günstigsten modelle muss man zu dem zeitpunkt natürlich dann auch sagen natürlich auch hochpreisigere modelle die dann natürlich deutlich mehr kapital benötigen und hier sehen wir tatsächlich dass byd mit dem günstigsten fahrzeug unter 10.000 euro das ist ja so ein bisschen immer das ziel gewesen auch von vw ein elektroauto für unter 10.000 euro herzustellen ist vw tatsächlich oder den europäischen herstellern noch nicht gelungen die chinesen haben es mit byd tatsächlich geschafft 9700 us-dollar kostet der der byd seagull das heißt byd möwe unter 10.000 euro hier sehen wir das tesla model 3 das einsteiger modell von tesla mehr als dreimal so teuer und hier auch das größere modell von tesla mit 40.000 us-dollar doch deutlich höher hier sehen wir das sind die chinesischen preise auf dem chinesischen markt hier sehen wir entsprechend auch die chinesischen preise für den chinesischen markt hier sehen wir 16.000 17.000 us-dollar deutlich deutlich niedriger als die einstiegsmodelle von tesla dementsprechend konnte byd ja besonders auf dem chinesischen markt aber auch international deutlich an ge an bedeutung gewinnen wir sehen das besonders hier ja ich hatte jetzt jetzt schon das dritte mal angesprochen glaube ich das ausrollen der produktionsstandorte auf dem chinesischen heimatmarkt ab 2020 das unternehmen konnte innerhalb von ja 1 2 3 jahren hier tatsächlich die die führenden anbieter volkswagen toyota honda und shangang in china verdrängen wir haben das ja ja glaube ich seit 2020 so ein bisschen mitbekommen dass die deutschen autohersteller auf dem chinesischen markt unter druck geraten sind und dort absatzschwierigkeiten bekommen haben byd ist auf jeden fall ein grund dafür und auch international zeigt byd stärke hat jetzt zuletzt den großen konkurrenten tesla oder das große vergleichsunternehmen tesla doch ich will nicht sagen geschlagen aber ja doch tatsächlich an den verkauften einheiten doch vom thron verdrängt byd wirklich mit einer wirklich sehr starken produktionsausweitung die jetzt zuletzt auf quartalsweise 1,2 millionen einheiten erhöht wurde und entsprechend diese autos ja entsprechend marktanteile damit gewinnen kann die ausrollen das ausrollen dieser strategie ist tatsächlich ein teil der byd 7 plus for full market iv strategie die das ziel hat den ersatz die 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 das ziel hat die elektrifizierung im straßenverkehr durchzuführen wir haben da verschiedene transportbereiche die byd ansetzt wir haben das jetzt zuletzt auch bei tesla gesehen dass dort auch der fokus auf busse und taxis geswitcht wird im ersten schritt bei byd ist diese strategie tatsächlich seit 2015 schon aktuell und man ist da tatsächlich im ja im zuge die gesamte infrastruktur auf die elektromobilität umzuschirmen das hat zuletzt relativ gut funktioniert die automobil umsätze oder ja generell automobil umsätze will ich mal sagen von byd zuletzt auf 80 prozent der teil 20 prozent elektrische komponenten und materialien ist der teil in dem ja byd die lieferkette der automobilhersteller der automobilbranche beliefert sich selber beliefert natürlich aber auch konkurrenten beliefert mit beispielsweise komponenten wie leiterplatten halbleitern led beleuchtung und displays das heißt alles was quasi in den autos verbaut wird produziert byd auch selber nutzt es dementsprechend auch selber und kann dementsprechend auch weiter diese produkte an andere hersteller verkaufen und hat darauf da hat da noch mal so ein zweites standbein das etwas unabhängiger von den tatsächlichen auto verkäufen des unternehmens selber ist aber lasst uns reinschauen in den snapshot ich glaube den mal direkt ganz aus den snapshot aus dem letzten drei quartalen q1 bis q3 2024 hier dann der vergleich 2024 und 2023 auch wieder die ersten drei quartale und was auffällt ist tatsächlich zuletzt die tatsächlich niedrige bewertung von nur in anführungszeichen 100 milliarden us dollar die tatsächlich deutlich niedriger ist als die die ja wir bei dem etablierten player dem branchenkönig tesla gesehen haben da geht die bewertung tatsächlich dann doch in die nahen in die nahe in die nähe der eine billion us dollar das heißt fast zehnmal so groß wir sehen auch hier wieder die kurs performance die dividende hier zuletzt stark erhöht da werfen wir gleich noch mal einen blick drauf entsprechend hat die tatsächlich hier in der in der investitions übersicht von vor zehn jahren keine große auswirkung auch hier wieder vom anfang gesehen diese das ausrollen der produktion hier im jahr 2022 2020 hier sehen wir den preis ein jahr hier sind hier zuletzt auch eine sehr relativ starke performance von 52 prozent hier immer den hintergedanken zu den europäischen autoherstellern die tatsächlich ja wie wir es am anfang gesehen haben doch deutlich unter druck waren wir sehen in den ersten drei quartalen ein umsatz von 70 milliarden us dollar der konnte um 20 prozent gesteigert werden wir haben eine starke großmarge von 21 prozent und eine profit marge von fünf prozent auch das ist tatsächlich für das produzieren der automobilgewerbe sehr hoch wir haben dort deutlich deutlich geringere margen gesehen besonders bei den massenherstellern wie volkswagen hyundai oder toyota gehen die margen tatsächlich auf die 1 2 prozent wir sehen hier im free cash flow im letzten jahr oder in den vergangenen drei quartalen wurde viel investiert es wurde viele neue produktionsstandorte auch international abseits von china investiert so dass der free cash flow zuletzt negativ war operativer cash flow mit 8 milliarden us dollar in den ersten drei quartalen sehr positiv zu sehen trotz höherer steuern und höherer höhere ausgaben das heißt einsatzprodukte für die fahrzeuge dann am ende oder für die produkte die das unternehmen vertreibt vertreibt sehen wir hier tatsächlich ein einbruch um 43 prozent die bewertung 25er kgv tatsächlich relativ moderat wir haben das gerade kurz gesehen kurz umsatzverhältnis auch niedrig wir haben das kurz umsatzverhältnis von tesla vorhin gesehen weit zweistellig wir haben einen relativ hohen verschuldungsgrad auf der anderen seite aber ein relativ hohen ipcr das heißt die interest payment coverage ratio wie sehr oder wie gut das unternehmen tatsächlich seine schulden abbegleichen kann sie da wieder sehr positiv aus dementsprechend grüne haken und jetzt rücke ich einmal zur seite nicht zur falschen seite zu der seite hier sehen wir noch einmal das eps wachstum das heißt das gewinn je aktie wachstum über die letzten fünf jahre im durchschnitt und wie man sich vorstellen kann mit dem ausbau der produktionsstandorte ist hier natürlich auch der gewinn und der umsatz in den letzten fünf jahren wirklich rasant gestiegen wir haben hier teilweise verdoppelung der umsätze auf ja doch sehr hohen niveaus gesehen das heißt letztes letzten drei quartale sahen dann doch wieder sehr gut aus das ist noch einen schnellen blick werfen auf die gewinn und verlustrechnung der letzten quartale und ich hatte es eben schon angesprochen sehr niedrige margen natürlich im produzierenden automobilgewerbe wir haben einen sehr hohen operativen umsatz das heißt der umsatz am ende tatsächlich mit 502 billionen yen die operativen kosten das heißt die umsatz kosten hier natürlich sehr hoch es gibt weitere abzüge hier runter operativer profit trotzdem stark dabei und auch das net income oder der net profit hier vom unternehmen selber ausgegeben wird 26 milliarden yen auch sehr hoch wir haben das gerade gesehen wie der tatsächlich auch dann zuletzt gestiegen ist und tatsächlich sind wir dann jetzt schon wie von mir eben gerade angesprochen bei der dividenden historie zu jetzt gerade aktuell gibt es eine dividende von 1,01 prozent wir sehen hier ja auch wieder die aus das ausrollen der internationalen produktion oder der nationalen und internationalen standorte produktionsstandorte dementsprechend konnte hier in diesen jahren der umsatz und der gewinn stark gesteigert werden entsprechend konnten die cashflows sowohl der operative als auch der free cashflow stark gesteigert werden so dass wir hier eine dividenden rendite oder dass die dividenden ausstüttung stark angepasst wurden zuletzt eine sehr sehr starke steigerung wir sehen es hier 1000 prozent entsprechend ist auch die zweite folie der dividenden übersicht etwas verzogen das dividenden wachstum über die letzten fünf jahre liegt bei 240 prozent im jahr der kälger liegt bei 120 prozent dass es natürlich ja sind natürlich traum renditen die wir hier sehen sehen aber tatsächlich auch dass die payout ratio aktuell bei 30 prozent ist das heißt luft nach oben ist auf jeden fall noch jedoch diese wachstumsraten die wir jetzt in den letzten jahren gesehen haben werden wir wahrscheinlich erst mal nicht wiedersehen ich habe das ganze noch einmal zusammengefasst in der pro und kontra liste wir haben auf der pro seite ja die führende position im electric vehicle markt in der elektrischen automobilbranche das unternehmen hat sich als etablierer player besonders im asiatischen raum voranstellen können und konnte beachtliche marktanteile wir haben es zuletzt gesehen 21 prozent auf dem internationalen markt für sich beanspruchen dabei profitiert das unternehmen natürlich was natürlich sehr viel in der kritik steht besonders in europa und den usa von staatlichen subventionen der chinesische staat ermöglicht byd seine elektrofahrzeuge besonders auf dem heimatmarkt zu deutlich niedrigeren preisen als die ausländische konkurrenz anzubieten was natürlich dementsprechend dann die position auf dem heimatmarkt und auf dem internationalen markt dann doch fördert auf der anderen seite sehen wir das natürlich auch immer als nachteil diese subvention besonders mit wird der wirtschaftlich schwierigen lage im moment im chinesischen raum können dann natürlich doch wenn sie geändert werden doch zu gravierenden einbrüchen des umsatzes und des gewinnes und der marktanteile führen wir haben ein diversifiziertes produktportfolio ich hatte es gerade eben schon angesprochen es wird sich nicht nur auf die fahrzeuge fokussiert sondern man arbeitet auch als komponenten hersteller man stellt elektronische komponenten und batterien her und agiert als zulieferer für die automobil für die generelle automobilindustrie und kontrolliert dementsprechend einen großen teil der wertschöpfungskette und hat ja dementsprechend eine große kontrolle über diese wertschöpfungskette auf der kontraseite regulatorische risiken wir hatten es zuletzt gesehen die eu erwägt strafzelle von 25 von bis zu 25 prozent auf chinesische elektroautos und die usa spielen mit dem gedanken oder jetzt unter trump wird es natürlich auch wieder sehr spannend generelle transport beschränkung oder verbote für chinesische autos auf dem us-amerikanischen markt zu haben das würde natürlich die internationalisierung strategie und die wachstumsstrategie des unternehmens deutlich in mitleidenschaft ziehen ich hatte es gerade schon angesprochen die wirtschaftliche instabilität chinas die schwierigkeiten die ausgelöst sind aus dem aus von dem immobilienmarkt ziehen sich weiter ran die konsumlaune im chinesischen markt im moment sehr schwach und der chinesische hersteller hängt mit drei vierteln seiner umsätze an dem chinesischen markt der moment doch etwas schwächer scheint die abhängigkeit staatlicher subventionen als nachteil hatte ich gerade eben schon angesprochen gehen wir rein schauen wir an was steht uns noch bevor diese und nächste woche heute nachmittag die investmentwerkstatt zur technologie wir wollen uns das thema etwas genauer anschauen und schauen das thema in bezug zu depots und wachstumstreiber des depots an dann sehen wir uns nächste woche wieder zum market roundup zu den wichtigsten handelschancen und den wichtigsten news der letzten woche das wird glaube ich sehr spannend das ist ja die woche ist noch nicht mehr um es ist schon sehr viel passiert dann gucken wir uns in der nächsten woche ein robotik spezialisten interv surgical ein robotik spezialist aus der medtech branche der ja ein etablierter player der branche ist ich freue mich vielen dank und bis zum nächsten mal tschüss und bis zum nächsten mal tschüss